Die zu veräußernde neue 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Berlin-Alt Treptow. 2015 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 194 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 1.280.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.